Wir sind der einzige Verlag, der nicht nur von Autoren geführt und von Lesern besessen ist, sondern wir sind auch keinem Finanzinvestor, keinem Konzern, keiner Familie und auch keinem Einzelverleger verpflichtet, sondern ausschließlich uns selbst. Dieser Abend war großartig, einerseits natürlich auch die Mitglieder der WBG kennenzulernen und andererseits mit so vielen tollen Autoren zu sprechen und hier wirklich auch den Dialog mit Experten aus ganz anderen Bereichen zu bekommen. Sehr schön, haben Sie nicht vorhin noch gesagt, unterbrechen Sie mich wann immer Sie wollen? Ich erinnere mich an Ihre Worte, bin dann auch noch nicht senil. Für mich war der Abend sehr bereichernd, weil ich sozusagen, wir saßen in den vier Ecken und jeder hat in der Ecke des anderen etwas Wunderbares gefunden und etwas, was ich eigentlich nicht verbinden ließe, war am Ende eine ganz homogene Geschichte. Ich bin sehr beeindruckt. Gelebte Wissenschaft, die sprang mir in die Augen und auch ins Herz. Das war für mich ein Erlebnis, eine Urszene oder ein Urerlebnis der Kontakt mit der Wissenschaft. Das lief ungelogen über diese Bände der wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Das war für mich. Ich bin sehr vereint. Ich bin sehr obese, wie ich mich anh tragen. Ich habeVER- wissenschaftlich!